Als Black gesagt hat, ich will nur was ausprobieren, wer daran gedacht, dass er mich töten will. Ich? Ich? Seh ich hier. Ventuell? Oh, wie schnell Ventuell. Ventuell ist die ins Kind? Kein. Mag doch nur ein Thorncraft nicht. Ja, ich auch nicht. Und scann mich mal. Hab ich, aber du bist, äh, das steht. Ja, dann hast du, ja, du musst. Ähm, du gehst, warte, komm mal mit. Du kannst Blacks Behinderung nicht verstehen. Du musst nach Hause, da ist in deinem, äh, Altar, äh, nicht deinem Altar, in deinem Tisch. In deinem Tisch. In deinem Tisch drinnen. Ich weiß, dass in meinem Tisch so Sachen drin sind und das... Nein, nein, in deinem Tisch, in deinem Tisch. Achso, in deinem Tisch. In deinem Tisch. In deinem Tisch. Ich hab doch nur meine Kleid. Oh, nacht. Äh, warte, Black, wo ist das Glas? Unten, in der, in der Diakiste ist irgendwo drin. Da, wo ich, wo ich dir vorher gezeigt hab, wo der Pulverweiser ist. Da oben ist mein Tisch. Ich... Ich merkte aber nicht, dass ich dein Dach... Ja, also... Hier hab ich jetzt eben gerade wieder neue Sachen gefahren. Jetzt läuft hier erstmal das ganze Wasser raus. Danke. So, jetzt muss ich das... Du hast gar nicht bemerkt, dass ich dein ganzes Dach zerstört habe, oder? Nein, hab ich nicht. Ich hab einfach von oben weggekriegen gebraucht. Ich hab einfach von oben weggekriegen gebraucht. Ich hab einfach so hart rollen, wusste man, ne? Ich hab... Nein, ich hab das gerade gemacht. Ja, guck mal. Das... Ich hab das gerade gemacht. Scheet, 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 scheet. Wollen wir noch... Äh, haben wir noch Köbelstone? Köbelstone? Ja, müssen wir in der Kiste haben. Ach ja, auch in der Ein-Probeweiß-Kiste. In dem Baum drinnen. Ja, ne, wir haben auch irgendwo Köbelstone hier. Denn, was machst du schon wieder hier? Warten. Hast du kein Zuhause? Brauchst du mir... Musst mir nur ein Stacklas nehmen. Ich weiß nicht, was man noch machen kann. Black, hilf mir. Ich glaube, wenn du was machst, ist das aber nicht für mich. Weil bei uns ja alles... So verschwendet wird so hart. Ja, dann ist das doch nicht mein Problem, ob das bei euch verschwendet wird, aber nicht bei uns hier. Das steht heiß, dass ich soll das nähen? Nein, nein, hast du grad wieder was Neues da reinbekommen. Saxon. Weil das bei uns so verschwendet wird. Hast du Saxon da drum? Hast du Saxon da drum? Ja, hab ich. Ja, okay. Hier verschwendet das ja bei euch da. So hart die beiden hier. Ja, da... WTF, wir haben das nicht verschwendet? Jetzt haben wir zumindest genug Strom. Das haben wir langzeitig in der Kiste. Äh, es gibt eine Seite. Da kannst du dir ausrechnen, was du brauchst. Wer wird hier? Wir haben das langzeitig investiert. Warte ich für den Link. Und du lagst, Lenny. Guck mal, hier wollte ich den Mister in seinem Video. Irgendwie ist mir ein Reaktor Casing verloren gegangen. Siehste? Oh, schon gleich wieder 20 Eisen weg. Hab dir eben zwei zugeworfen. Ja, ich weiß. Aber eins fehlt mir immer trotzdem noch. Wo ist das? Was? Nein, 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 nein. 20 Eisen, nur eins oder so. Na ja. Ja. Rolling Machine und so, ne? Ich bin fly! Ne? War das nicht so? Ne, das waren deine Tanks, waren das ja. Das waren meine Tanks. Damit hab ich hart Eisen verschwendet. Damit hast du richtig hart Eisen verschwendet. Boah. Gibt's acht so Finger da raus, ne? Oder wie war'n das, ne? Bin grad nicht so sicher. Kann sein, ich weiß es nicht. Black, der Raum ist so optimal gebaut worden damals. Mhm. Ich kann ein Wassereimer in Ecke reinsetzen und der passt ganz genau. Alter, das ist so'n scheiß'n Glück. Ich brauch schon wieder Kubelstone. Moment. Seht mein gradается in der Beamte oder so. Oder hast du fans Themaひörung zu lenken? Nö. Ah-ah. Vielleicht legst du in deinem Kulpf. Nee. Warte mir was zu, die tun die mal noch da hinten rum. Wirsten gleich einfach mal. Kicken doch. Also weniger Chunks geladen. Ja. Nein, falscher. Ja, ich brauch den So, ich hab ihn sonst zu uns gebraucht Äh, Lenny, hast du zuvorlich vier Eisen für mich? Äh... Ja, aber ich kann ja welche geben Ich hab aber Lenny gefragt Okay, dann kriegst du nix Ich hab ja nur unseren Deck grad in der Tasche immer Nein, Kevin Dann nicht Du hast Eisen, was dich besorgt die ganze Zeit, ne? Genau Suche Ja, ich hab' hier Ja, ich hab' hier Ja, ich hab' hier Ja, ich hab' hier Ich hab' hier Ich hab' hier was mit WICH IS? Ich hab' hier was hingelegt Hm? Deinem Zeug Ne, nein, ich mein' WTF grad Richtig WUSCH Ich mein' grad' unser'n verschwender WTF Ich... Verschwende nicht, wollte er sagen Scheiße wie der andere Seite Oh schon wieder... Fast drei Stunden um Können wir noch zwei machen Easy Ja, ja. Wir kriegen das genauso hin. Santos, hast du noch Hard Energy? Nein. Ich hab die abgebaut und dann hab ich welche daraus gemacht. Black, was machst du grad? Ich such grad was für die daraus. Okay. Was willst du denn? Ne, ne, dann körf ich die gleich selber. Ich brauch nur noch so ne komische kleine Zelle, damit wir ihm den Autos bauen und wir dies ein bisschen mit weniger Energie verzorgen können. Ach so. Black, du weißt nicht zu viel... Ich weiß nicht, der Key ist da. Ich weiß nicht, der Key ist da. Kriegst du nicht... ach so, wenn du Sachen erforscht und so. Ja, aber was ist, wenn ich keine Punkte mehr habe von den Sachen? Steam. Die Sachen, die du erforschtest, da hast du dir einfach nur 0 oder so was da dran. Ja. Also das ist gar nix dran. Du musst bei Steam aktivieren. Ja, aber du musst einfach Sachen erforschen. Zum Beispiel Feuer. Wenn du was erforscht, kriegst du die da egnis oder so was wieder. Ja, geil. Und das ist, wenn man dumm ist und ganz viele Sachen verschwindet und ich weiß, wie passiert ist. Dann ist man Dede. Dann ist man Dede. Dann ist man ein Dede. This is how you Dede. Genau. Yeah. This is how you Dede. Yeah. Yeah. Aha. Yeah. This is how you Dede. Aha, aha. Yeah. Ja, ich hab eine Feder freigeschaltet. Wow. Yeah, get away some stuff. Yeah, I'm Dede. Oh, yeah. Get away some stuff. Woo. This is how we wasted. Oh, we wasted. Yeah. This is how we wasted. So, das sollte ich laufen. Man muss doch irgendwie... Man kann das... Bei dem alten war es immer so, dass man diese Punkte immer durch Zwecks gekriegt hat. Aber nicht das alte. Ja. Aber wie soll ich denn jetzt dann wieder Punkte kriegen auf diese Dinger? Nein. Das nicht. Nee, das wird DJ eigentlich nicht. Fappe! Ich verstehe das einfach nicht. Das ist einfach fappe. Fappe einfach. Nein, das geht nicht. Das hab ich schon ausprobiert. Oh. Der hat einfach auf sein Bildschirm gefappt. Nee. Nein, das funktioniert nicht. Bye. Mama, seit ich immer auf mein Bildschirm gekleckert. Mama. Mama, lecker hoch. Mama, was auber. Boah. Der hat immer Klecker gemacht. Ja, lecker hoch. Ich muss mal lecker hoch. Boah. Der hat zu behindern, ne? Meine Mutter würde mich einfach töten. Mama, nom nom. Komm schon. Richtig nom nom. Bitch. So, jetzt hab ich ein Problem. Mama, Käse, fertig. Boah, du Ekelhafter. Schweiß. Kennst du doch gar nicht anders von denen. Ich wünsch dir dieses Spiel nicht. Das sind nur Blöcke, keine Kreise. Aber das ist so schwierig. Der ist schon von den Kreisen. Nein, der ist schon von den Blöckern überfordert. Was passiert, wenn Minecraft rund wird? Oh ja, jetzt hab ich was von Ficke gekriegt. Wird ich mal Minecraft wird rund, ey. Der kann jetzt auch was von Schicke kriegen. Ja. Schicke wird mir auch was gegeben. Der neue Minecraft Runden, es wird rund, Mod. Es wird rund. Aber du hast doch noch Harn im Glas, oder? Nee. Obwohl, ich glaub, ich hab... Ja, ich hab auch zwei. Boah, fuck. Brauch mehr. Brauchst du das? Ja, brauch mehr, aber... Oh, bei mir leckt grad hart. Dankeschön. Was hast du jetzt nicht eigentlich gemacht? Was hast du denn? Die Harden-Energy-Kontakt nicht mal angeschlossen. Versteht. Energy. Ich hab grad den Reaktor auf Wunsch von Black um. Deswegen hat er nicht mal angeschlossen, oder was? Ja, und der Reaktor ist auch aus, weil wir haben... ...nuch Strom. Und dann bringt er nichts in den Eifern. Warte mal, ich kann noch eine hiervon abbauen. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Was? Reconstructor. Das ist meins. Ahaha, Lenny rastet richtig aus. Meins Kuschweck. Sagst du Lenny, verschwende wieder? Ne, ne. Dann hab ich also eine Gefahr. Wollne wohl kaum Platz ist, stellt er so einen Scheiß hin. Mama, nom nom. Mach schon, Alter, nom nom. Gib mir die Information. Komm, schau, nom nom. Ein Jabber-Karwood. Es greift mich an. Das böse Baby-Jakarwood. Lied. Das haben wir hoffentlich alles oben. Oh, das ist der Papa, das Mama. Oder Papa. Der macht mehr Aura. Der macht mehr Aura. Hast du keinen Crash noch mal, Lenny? Nein. Alter, wer hat dir so eine Crafting Table vor die Tür hingesetzt? Ey, der muss so ein Intelligenz-Bolzen gewesen sein. Oh, wer hier Tür. Oben. Ich verstehe es nicht. Was ist jetzt da? Ich glaube, Steam-Sorge hat meine Internetleitung leer. Was machst du hier, Lenny? Wie so ein Staubsauger einfach. Das ist so ein Bombier, ey. Das ist Howie in Minecraft. ich brauche Lied, ich brauche Lied, vier Stück Dach um. Ich auch. Hat er wieder verschwendet oder was? Ob zwei. Oh, und dieser Sound. Dann kann ich daraus irgendwas machen. Genau, und so. Tschüss. Also hier hat man jetzt mal nen ganzen Stack ausgenommen. Einen halben Stack. Ich... 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 Du fährst deine Sachen. Du fährst deine Sachen. Wenn ich fährst, hab ich mir auch schon gesagt. Warum haben wir denn Strom mehr oder was? Ich weiß gar nicht, wo unser Lied ist. Irgendwo. In der Wallachai. Dein Treffen. Jetzt mal ernsthaft, warum willst du jetzt das Detektor, wenn man fertig wird? Haben wir keinen Strom mehr oder wie? Nein. Wir brauchen einfach übelts viel. Reni ist einfach nur behindert. Ja. Ist das hier Stromwasten oder was? Ja. Ja. Du wastest alles. Äh... Pinspeat Bratwurst. Der wastest wahrscheinlich sogar unser nuclear Wast. Ich hätte über den Krat schickt, deren Waffen zu wasten einfach. Aber das wird auf jeden Fall noch dauern, bis die Query fertig ist. Sicherlich. Ich holf gar nicht so das auf, was ich überhaupt gemacht habe. Ey, haben wir noch Elektrum? Ja, hast du noch unten. Nice. In der...